Im heutigen Stoßbeispiel geht es um ein Projektil, das in die Mantelfläche einer Scheibe eindringt. Wir haben es also mit einem rauen Stoß, mit einem vollkommen unelastischen Stoß zu tun. Wie wir das behandeln können und dass das im Grunde relativ einfach funktioniert, das werden wir uns genau ansehen. Wenn dich die Inhalte auf diesem Kanal in der Verständnis der technischen Mechanik weiterbringen, dann freue ich mich sehr über dein Abo und auch über eine weitere Empfehlung des Kanals. Vielen Dank dafür. Das ist dieses Beispiel hier. Es geht um ein Projektil, das hier mit einer Geschwindigkeit V daherkommt, auf eine Scheibe trifft, auf die Mantelfläche dieser Scheibe trifft und dann hier drinnen stecken bleibt. Ganz analog zu dem Block, den wir hatten, wo die Kugel von der anderen Seite sich genähert hat und dann im Block stecken geblieben ist. Das ist komplett das Gleiche, nur dass das hier halt unter einem Winkel Alpha basiert und nicht horizontal, so wie es beim Block war. Aber sonst ist es eigentlich eins zu eins das Gleiche. Wir kennen natürlich die Geschwindigkeit. Das kannten wir beim Block nicht. Die haben wir ausgerechnet. Hier kennen wir die Geschwindigkeit des Projektils und wir kennen die Masse des Projektils und wir kennen die Masse und die Abmessungen für diese Scheibe und wissen, dass die Scheibe am Anfang in Ruhe ist und wollen uns ausrechnen, wie weit die da nach links oben schwingt, wenn das Projektil auftrifft. Der Stoß ist also vollkommen plastisch sozusagen, also ein rauer Stoß, wenn Sie so wollen, können Sie es auch nennen, weil das Charakteristikum vom rauen Stoß ist ja, dass der Geschwindigkeitsvektor von beiden Körpern am Stoßpunkt der gleiche ist. Und wenn das Projektil da drinnen stecken bleibt, dann ist natürlich der Geschwindigkeitsvektor genau der gleiche. Ja, und was wir zuerst berechnen sollen, bevor wir dann das Raufschwingen ausrechnen können, ist natürlich diese Winkelgeschwindigkeit, die die Scheibe hat. Ja, irgendeine Winkelgeschwindigkeit, der feste Körper hat ja eh nur eine, aber Trägheitsmoment um den Ursprung sinnvollerweise dann angeschrieben. Wir haben ja immer die Möglichkeit, ein Stoßproblem aufzutrennen in die zwei Stoßpartner oder das gemeinsam anzuschauen. Das ist ein bisschen Geschmackssache einerseits, andererseits kommt es darauf an. Manchmal ist es einfacher so oder andersherum. Das heißt, in dem Fall ist es meiner Meinung nach einfacher, das auseinanderzutrennen, einen inneren Stoßantrieb anzunehmen, der dann natürlich hier auf das Projektil wirkt und da auf die Scheibe und dann entsprechend halt Impulssatz für das Projektil hinzuschreiben, weil das rotiert ja nicht, das hat also nur einen Impulssatz und entsprechend einen Drehimpulssatz rein für die Scheibe hinzuschreiben, weil die Scheibe ja hier oben hängt und das heißt, wir können eigentlich den Drehimpuls um diesen Punkt 0 da oben anschreiben, wenn wir das Trägheitsmoment auch da oben anschreiben. Das ist unser Ablaufplan. Dann wird es einen Stoßantrieb geben, fangen wir mit denen an, auf das Projektil. Wir schauen uns den Stoßzeitpunkt bereits an von der Scheibe und dann natürlich Stoßantriebe sind ja was Kraftartiges, das heißt, es gibt eine Reaktion drauf, immer nach dem Newton'schen Reaktion und wir haben damit natürlich auch einen Stoß auf die Scheibe, Stoßantrieb. Und es gibt natürlich hier die Geschwindigkeit v des Projektils, die habe ich mit vp bezeichnet, dass wir die auseinander halten können oder wissen, wo die hingehört. Und dann gibt es eine Winkelgeschwindigkeit für die Scheibe Omega S nach dem Stoß. Und wenn wir das Lager wegschneiden, dann gibt es natürlich da oben einen Stoßantrieb im Lager, den ich da in horizontaler Richtung nach rechts angenommen habe. Was gibt es noch? Es gibt noch ein Koordinatensystem und das Koordinatensystem ist so, dass x nach rechts oben wirkt und y nach links oben. Also die Kugel sozusagen auf der x-Achse daherkommt. Dann sollte eigentlich fast alles eingezeichnet sein. Einen Abstand zeichnen wir uns noch ein, nämlich diesen Abstand hier, den Normalabstand vom Ursprung zu dieser Wirkungslinie, auf der die Kugel daherkommt. Den brauchen wir dann für die Kinematik. Gut. Und dann können wir einen Impulssatz hinschreiben für unser Projektil. Und zwar ganz simpel. M mal v ist der Impuls, wie wir wissen. Masse des Projektils mal Impulsvektor, also Vektor der Geschwindigkeit nach dem Stoß. Ist also der Impuls vektoriell nach dem Stoß minus Geschwindigkeit vor dem Stoß für das Projektil. Und die positive x-Richtung ist nach rechts oben. Also ist dieser Stoßantrieb S auf der rechten Seite auch positiv. Und zwar als Vektor, wenn man möchte, nämlich in die x-Richtung. Wir können es sofort vereinfachen und können sofort sagen, ja, wir wissen ja, dass es nur in x-Richtung zeigt. Dann sparen wir uns diese ganzen Vektorstriche und dann ist das Ganze nichts anderes als Skalar abgeschrieben. mp vp Strich minus vp ist gleich Stoßantrieb betragsmäßig. Der wirkt ja ebenfalls in x-Richtung. Das wäre die erste Gleichung für das Problem. Und Drehimpulssatz gibt es logischerweise für das Projektil keinen. Das Projektil ist wie eine Punktmasse zu sehen. Und dann können wir im Gegenzug dazu den Drehimpulssatz anschreiben für unsere Scheibe. Und zwar um das Lager. Weil im Lager ist sozusagen der Momentanpol und dann gibt es nur einen Drehimpulssatz klarerweise und keinen Impulssatz. Was brauchen wir für einen Drehimpulssatz? Naja, wie ist man? Trägheitsmoment. Und zwar das Trägheitsmoment natürlich um den Punkt, um den wir den Drehimpulssatz anschreiben. Das ist ganz wichtig. Die Winkelgeschwindigkeit ist ja immer die gleiche für den festen Körper. Sonst würde es ihn auseinanderreißen, wenn es unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten im Körper gibt. Aber es kommt dann natürlich schon darauf an, um welchen Punkt schaue ich es an, wie das Trägheitsmoment ausschaut. Und das muss man richtig mitnehmen. Und das ist in unserem Fall dieses Trägheitsmoment um den Lagerpunkt 0. Und dann haben wir einfach wiederum nur Drehimpuls ist Trägheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit. Nach dem Stoß ist der Drehimpuls danach. Und Winkelgeschwindigkeit vor dem Stoß ist Drehimpuls vorm Stoß. Und das ist dann Stoßantrieb und Normalabstand zum Punkt, an dem wir den Drehimpulssatz anschreiben. Auch der muss natürlich der richtige sein. Das heißt, das hier, dieses Trägheitsmoment, muss den gleichen Punkt beschreiben, wie rechts da der Derm Stoßantrieb mal Normalabstand. Sonst stimmt es nicht zusammen. Das ist in dem Fall S0 mal R0. Und zwar um die gedachte Z-Achse, die aus dem Blatt heraus schaut. Und zwar negativ. Weil offensichtlich, wenn man es hier anschaut, auf die Scheibe, dann hat man hier das S, denken Sie, es ist als Kraft. Und die rotiert sozusagen. Also das bewirkt ein Moment, das im Uhrzeigersinn um den Nullpunkt, um den Lagerpunkt dreht. Und damit ist das ein negatives in dem Koordinatensystem. Ja, und auch hier gilt natürlich, wir können das Ganze gleich skalar anschreiben und können nur die Z-Achse anschauen, weil diese Omegas, die wirken ja auch um die Z-Achse. Wenn man sich da das Omega S' anschaut, dann dreht das um Null, beziehungsweise koordinatensystemmäßig um Z, positiv. Und das Omega S ist Null, weil die Scheibe ruht vorher. Das heißt, wir haben hier eine Z-Komponente und hier eine Z-Komponente. Und die beiden nehmen wir einfach raus und lassen das vektorielle Gleichgewicht, vektorielles Gleichgewicht sein und schreiben nur mehr was Skalares hin. Also gleich eingesetzt vielleicht und dann schreiben wir im Nachgang noch einmal das Trägheitsmoment hin. Ich schreibe es jetzt einmal schon her. Trägheitsmoment ist 3 halbe ms r Quadrat mit r ist Scheibenradius natürlich Omega S' und rechts bleibt dann minus s mal r Null übrig. Und das wäre unsere Gleichung 2. Und das Trägheitsmoment um Null setzt sich logischerweise zusammen aus dem Trägheitsmoment um den Schwerpunkt der Scheibe. 1 halb ms r Quadrat plus Abstand r Quadrat mal ms Steineranteil, weil wir ja das Trägheitsmoment da oben haben wollen. Und damit kommt genau dieses 3 halbe ms r Quadrat raus. Okay, das sind unsere beiden Gleichungen, aber mit dem 2 haben wir noch nicht genug, weil wir wissen ja s nicht. Das müssen wir bestimmen. Wir wissen Omega s Strich nicht und wir wissen vp Strich nicht. Noch. Also müssen wir uns noch eine dritte Gleichung zumindest überlegen. Und die dritte Gleichung ist ja oft irgendetwas Kinematisches. Entweder Kinematik oder Stoßbedingung, Newton'sche Stoßhypothese. Irgendetwas, was Sie direkt über die Kinematik des Stoßes aussagen können. Die Newton'sche Stoßhypothese ist ja auch nichts anderes als ein Zusammenhang der Stoßantriebe. Und wenn man auf die Geschwindigkeiten überführt, ist es wieder ein kinematischer Zusammenhang im Endeffekt. Und das können wir natürlich hier auch hinschreiben. Die Kinematik, beziehungsweise wenn Sie es so nennen wollen, die Stoßbedingung, die ist ja genau, dass man einen rauen Stoß hat. Dass also das Projektil in der Scheibe stecken bleibt. Und das heißt, das Projektil zum Zeitpunkt nach dem Stoß, vp Strich, muss die genau gleiche Geschwindigkeit haben, wie die Scheibe nach dem Stoß an dieser Stelle, an der das Projektil auftrifft. Und das ist die Stelle da. Das ist p. Wenn wir die Geschwindigkeit von der Stelle wissen wollen, dann wissen wir, wie das kinematisch geht. Nämlich, wir können einfach mit unserer Winkelgeschwindigkeit, die wir ja bestimmt haben, und dem Abstand darunter, das vs Strich ausrechnen. Also das vs Strich an der Stelle p, die Winkelgeschwindigkeit der Scheibe unmittelbar nach dem Stoß, Omega s Strich. Und dieser Normalabstand, den ich vorher eingezeichnet habe, r0 hier. Also hierher dieser Abstand. Zum Punkt b. Das ist offensichtlich nicht r, sondern das ist irgendetwas anderes. Und irgendetwas anderes ist r mal Cosinus von dem Winkel Alpha, in dem dieses Projektil da eintrifft. Also den Winkel Alpha kann man ja wieder hier raufnehmen. Und dann ist das hier r, das ist die Hypotenuse in dem Fall. Und das hier ist die Ankathete von Alpha, also der Cosinus von Alpha. Also gilt, dass unser vp Strich, das wir noch nicht kannten, nämlich die Geschwindigkeit des Projektils unmittelbar nach dem Stoß, Omega s Strich mal r0 sein muss. Belassen wir es jetzt einmal bei r0, dann brauchen wir weniger schreiben. Setzen wir es später ein. Omega s Strich kennen wir aber. Und damit haben wir die eine Unbekannte weggebracht. Und können vp Strich durch Omega s Strich ausdrücken. Und dann geht es nur mehr um das gegenseitige Einsetzen. Ich nenne noch diese Gleichung hier Gleichung 3. Und dann setze ich Gleichung 3 in Gleichung 1 einmal ein. Schauen wir noch einmal rauf, was die Gleichung 1 ist. Die ist hier. Das ist unser Impulsatz für das Projektil. Das heißt, wir drücken den Impulsatz aus durch die Winkelgeschwindigkeit der Scheibe. Also, mp, vp eingesetzt, Omega s Strich mal r0 plus mp mal vp. vp ist ja bekannt, Impuls vor dem Stoß, ist gleich Stoßantrieb. Ich nenne die Gleichung dann 3 Stern. Und dann, schauen wir mal, haben wir jetzt einen Stoßantrieb hier rechts. Und wir haben hier eine Gleichung mit Stoßantrieb mal r0 Abstand. Das heißt, die Idee wäre naheliegend, dass man diese beiden Gleichungen irgendwie miteinander addiert, sodass man die beiden rechten Seiten wegbringt. Und das geht ja ganz leicht, indem wir nämlich diese Gleichung 3 da, 3 Stern, mit r0 multiplizieren, rechts und links, und dann 2 drauf addieren und dann fällt die rechte Seite weg. Ich nehme 3 Stern, multipliziere das mit r0 und addiere dann Drehimpuls drauf, diese Gleichung 2 da oben. Und dann fällt mir rechts genau dieser Term weg. Dann haben wir nämlich hier mp Omega s Strich r0 Quadrat natürlich. Linke Seite genauso mit r0 multipliziert. mp vp r0 und rechte Seite wird 0, die tun wir weg gleich. Aber es bleibt ja noch links etwas, nämlich plus dieser Teil da. Das ist dann plus 3 halbe ms r Quadrat Omega s Strich. Ist gleich. So, und dann schreibe ich es einmal hin. s mal r0 aus dem 3 Stern und plus 2 ist oben ein Minus. Also minus s mal r0 ist gleich 0. So, dann haben wir die Stoßantriebe sofort draußen aus dem System. Die Stoßantriebe sind ja nicht gefragt oder der Stoßantrieb ist nicht gefragt. Auch S0 im Lager oben, den wir da eingezeichnet haben. Der hier, der ist ja nicht gefragt. Den muss man zwar einzeichnen, wenn wir ein korrektes Freikörperbild machen wollen, aber brauchen wir nicht ausrechnen. Ist nicht gesucht. So, und die Gleichung kann man jetzt natürlich umformen auf das Omega s Strich. Da steckt ja nur mehr im Prinzip Omega s Strich als Unbekannte drinnen. Wir kennen vp, wir kennen r0 als Funktion von r, wir kennen mp, wir kennen ms und so weiter. Also es ist nur mehr Omega s Strich unbekannt. Und damit formen wir die um und landen bei einem Omega s Strich einmal rausgehoben aus diesen ganzen Termen. 1 mp, r0 Quadrat plus 3 halbe ms r Quadrat mal Omega s Strich. Erster und dritter Term ist gleich auf die andere Seite gebracht minus mp, vp, r0. Beziehungsweise Omega s Strich ist dann minus mp, vp, r0 dividiert durch diesen Vorfaktor da links mp, r0 Quadrat plus 3 halbe ms r Quadrat. Gut, und dann setzen wir unter Umständen noch r0 ein, also hier schreibe ich jetzt nicht noch einmal hin, ist gleich r Cosinus Alpha und dann kann man einen Zahlenwert ausrechnen für Omega s Strich mit den Zahlenwerten, die wir ja oben gegeben haben. Und da kommt minus 3,23 Sekunde hoch minus 1 raus. Und dann schauen wir gleich, ist minus sinnvoll ist die Frage. Naja, ich habe Omega s Strich positiv im Koordinatensystem angenommen, wie immer. Also unsere z-Achse zeigt ja hier raus aus diesem Punkt und damit dreht das positiv. Damit kommt halt ein Omega s Strich raus, das dieser Drehrichtung entspricht. Wenn man sich jetzt aber überlegt, wenn hier was drauf stößt, dann wird hier eine Geschwindigkeit entstehen. Die haben wir ja ausgerechnet und kinematisch ausgedrückt. Und dann rotiert das Ding natürlich, so wie es e gezeichnet ist in der Skizze, gegen die Koordinatenrichtung positiv. Also im Uhrzeigersinn ist gleich gegen die Koordinatenrichtung. Und damit ist es sehr plausibel, dass da etwas Negatives rauskommt. Weil das natürlich in die andere Richtung schwingen sollte. Gut, das passt also hoffentlich. Und dann ist noch die Frage gewesen, wie weit schwingt es eigentlich? Winkel Theta, um den die Scheibe schwingt, bis sie den Umkehrpunkt erreicht hat. Und das geht natürlich mit der Energieerhaltung ganz einfach. Zum Zeitpunkt Null, nämlich der Zeitpunkt, bei dem der Stoßvorgang passiert, also unmittelbar danach, mit diesem Omega-S-Strich, haben wir eine kinetische Energie, eine rein kinetische. Da hängt die Scheibe unten. Wir legen das Nullniveau einfach in den Schwerpunkt. Und am Schluss haben wir natürlich eine rein potenzielle Energie, weil bei der Umkehrlage klarerweise die kinetische Energie verbraucht sein muss. Sonst würde es ja nicht umdrehen. Das heißt, wir haben, wenn wir uns das wieder herauszeichnen, einen Punkt Null für den Schwerpunkt, dann schwingt das Ganze hier rauf. Ich zeichne es ganz extrem bis zu einem Punkt Eins. Wir haben hier den Radius der Scheibe zum Schwerpunkt, wir haben hier den Radius der Scheibe zum Schwerpunkt und wir haben natürlich hier, wenn man diese Höhe, die dann überbleibt, rausrechnet, einen Winkel, eine Winkelfunktion drinnen, von diesem Winkel, um den es raufschwingt, nämlich wieder den Kosinus, R mal Kosinus Theta. Das heißt, die Höhe, um die das Ganze sich gehoben hat und die potenzielle Energie aus der kinetischen entstanden ist durch Umwandlung, die ist R 1 minus Kosinus Theta, weil das Ganze R ist und das oben R Kosinus Theta. Jetzt ist eine Kleinigkeit da natürlich, die wir idealisiert haben. Und zwar, wir vernachlässigen völlig, dass das Projektil jetzt drinnen steckt in der Scheibe. Das Projektil steht ja quasi dann in Bezug auf die Scheibe, hat also keine Relativgeschwindigkeit mehr, wenn es einmal drinnen steckt. Das hat eine sehr, sehr geringe Masse, nämlich 7 Gramm oder sowas. Ja genau, da oben steht es. 7 Gramm gegenüber 5 Kilogramm für die Scheibe. So, was würde jetzt passieren, wenn das da drinnen steckt, hier außen? Naja, es wird sich natürlich das Trägheitsmoment von dem Gesamtsystem geringfügig ändern, wenn man die kinetische Energie aus der Winkelgeschwindigkeit berechnet, wie es sinnvoll ist, weil die haben wir. Dann wird sich um Null, um diesen Beitrag MP R Null Quadrat, das Trägheitsmoment, ändern. Das haben wir vorher natürlich nicht gebraucht, weil vorher haben wir über die Auseinanderteilung der Systeme nur rein die Scheibe betrachtet. Aber rechnen Sie es bitte einfach nach. Es kommt da irgendwo bei der, weiß ich wievielten Nachkommastelle, und wir stellen natürlich erst was anderes raus, weil diese Masse so gering ist, dass die kaum einen Einfluss hat auf das Trägheitsmoment des Gesamtsystems. Und auch sozusagen die Verschiebung des Schwerpunkts, die zusätzlich passieren würde, nämlich wenn Sie das System nehmen, hier steckt eine kleine Masse und Schwerpunkt ist da die große Masse. Dann hat man natürlich theoretisch zwei Punktmassen und dann muss man den Schwerpunkt des Gesamtsystems bestimmen. Aber auch der ist nur so wenig weit weg von dieser Gesamtmasse, dass das wiederum keinen Unterschied macht. Also ich weise nur darauf hin, rein von der Theorie her machen wir da natürlich einen kleinen Fehler, weil wir nur die Masse der Scheibe berücksichtigen und auch nur das Massenträgheitsmoment, das wir vorher bestimmt haben, für dieses Hochschwingen. Aber es kommt ein kaum messbar anderer Winkel raus, wenn Sie diese Minimasse des Projektils mitnehmen. Das Projektil kann ja die Scheibe nur deswegen so stark anschupfen, weil es so eine hohe Geschwindigkeit hat und nicht, weil es so eine hohe Masse hat. Es hat halt einen großen Impuls dadurch, weil die Geschwindigkeit sehr groß ist. Aber für die Masse macht es fast keinen Unterschied. Okay, also das bitte als Disclaimer. Das ist idealisiert. Das heißt, ich schaue mir hier nur noch den Schwerpunkt der Scheibe an. Brauche also fürs Trägheitsmoment das IS0 von vorher und Omega S'²½ ist dann die Winkelgeschwindigkeit, also insgesamt die Energie aus der Rotation der Scheibe. Und das muss natürlich dann sich komplett umwandeln in die potenzielle Energie der Lage, MS mal G mal diese Höhe, die zurückgelegt wird, nämlich R mal 1 minus Cosinus Theta. Also da MS mal G mal R minus MS mal G mal R Cosinus Theta rein multipliziert, das Cosinus Theta auf die andere Seite gebracht, umgeformt, wir wollen ja Theta wissen, liefert ein 1 minus 3 halbe MS R Quadrat Omega S'² durch 2 MSG mal R und hier kann man dann wieder, so wie das üblich ist, die Massen rauskürzen. Entsprechend hätte man natürlich oben schon können, wenn wir das Trägheitsmoment gleich einsetzen und eines der R lässt sich rauskürzen und es bleibt dann ein 1 minus 2 mal 2 im Nenner unten 3 Viertel mal R mal Omega S'² durch G und das ergibt eingesetzt 0,84 beziehungsweise für den Winkel mit der Umkehrfunktion und für den Cosinus 32,75 Grad. Das ist der Umkehrpunkt für unsere Scheibe. Und damit ist das ganze Beispiel abgehandelt. Vielleicht noch einmal zur Zusammenfassung, was den Stoßvorgang selbst betrifft, das ist vielleicht das Interessanteste. Wir haben es mit einem Fall zu tun gehabt, wo tatsächlich ein rauer Stoß passiert, also hier das Projektil in der Scheibe drinnen stecken bleibt, beziehungsweise es kann natürlich ein rauer Stoß auch so sein, dass es hier streift, aber unmittelbar nach dem Stoß gerade die Geschwindigkeitsvektoren die gleichen sind zwischen den beiden Stoßpartnern. Dann ist es ein rauer Stoß. Dazu muss es nicht unbedingt drinnen stecken bleiben. Es muss nur lange genug dran kleben, sozusagen durch Reibung anhaften, dass die Geschwindigkeiten die gleichen sind. Und das ist eine Möglichkeit, die wir haben, nämlich kinematisch festzustellen, das haftet aneinander kurzzeitig. Das ist der eine Extremfall. Der andere Extremfall, den wir auch oft haben, ist bei so Kugellager, Sortiermaschine und so, was im Beispielkatalog zu finden ist. Da ist es so, dass es keine Reibung gibt und dass da zum Beispiel die Kugel auf eine Oberfläche fällt, also hier oben drauf fallen würde und der Stoßantrieb dann auch immer nur normal sein kann, weil es in der Tangensial-Ebene keine Reibung gibt und damit Kraft geben kann und damit auch keinen Stoßantrieb geben kann, weil das einfach durchrutscht in diese Richtung. Damit gilt Tangensial-Impulserhaltung und normal gilt dann in der Regel die Stoßhypothese mit der Stoßziffer. Das ist der Unterschied zum reinen Steckenbleiben. Wenn es nicht stecken bleibt, dann braucht man natürlich eine Art von Dissipationsfunktion für den Stoß und das ist im einfachsten Fall diese Stoßziffer. Wie viel ist plastisch, wie viel ist elastisch? Das sind die beiden Extremfälle und meistens bewegen wir uns bei einem der beiden, weil das, was dazwischen liegt, wird dann schon eher schwierig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017